Im letzten Video haben wir hoffentlich die Idee hinter der idealen Gasgleichung gelernt. Druck mal Volumen ist gleich die Anzahl der Moleküle, die wir haben, mal eine konstante R mal der Temperatur. Das ist sehr schön und ich hoffe, das ergibt auch einen Sinn für euch. Druck und Volumen sind indirekt proportional, du musst die deswegen miteinander multiplizieren. Und der Druck ist auch proportional zur Anzahl und zur Temperatur. Und ich denke, jetzt sind wir auch bereit dazu, um mal ein Beispiel zu rechnen, denn das reicht ja nicht, wenn wir nur diese Gleichung hier kennen. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Liter, wir haben einen Container oder einen Ballon mit zwei Litern, also einen Zwei-Liter-Ballon, nicht Ballon, sondern Ballon mit Wasserstoff. Wasserstoff, H2 mit Wasserstoffgas, also Wasserstoff als Molekül, nicht als Atom, also mit zwei Atomen drin. Und sagen wir mal, der hat eine Temperatur von 30 Grad Celsius, nicht 30 Prozent, also mein Hirn funktioniert heute nicht, also 30 Grad Celsius. So, jetzt stimmt's und nehmen wir mal an, wir haben jetzt folgendes gemessen, dass der Druck auf der Außenseite des Ballons zwei Atmosphären hat. Zwei Atmosphären Druck. So, meine Frage an euch ist jetzt, wie viele Mol Wasserstoff haben wir hier drin? Wie viele Mol, wie viele Mol von Wasserstoff sind in diesem Ballon drin? Und jetzt können wir unsere ideale Gasgleichung hier anwenden, wir haben also die Lider, wir haben die Temperatur und wir haben den Druck. Und der Druck wird üblicherweise in Atmosphären angegeben. Ich schreibe es euch nochmal auf, wir haben also zwei Atmosphären mal unser Volumen, das sind zwei Liter, mal zwei Liter, ist gleich n, ist die Anzahl der Partikel, die wir ja wissen wollen, in Mol. Und ist also n mal r, der konstante r. Was ist jetzt eigentlich r? Ich trage einfach mal r ein hier, mal Temperatur. Und jetzt denkst du vielleicht, die Temperatur ist die Temperatur in Grad Celsius. Bei diesen Gasproblemen muss man aber die Temperatur in Kelvin machen. Und das sage ich euch jetzt mal, wie man das umrechnet, Grad Celsius in Kelvin. Und das ist einfach erstmal eine unterschiedliche Skala. Grad Kelvin ist generell die niedrigste Temperatur, die wir uns überhaupt im Universum nur vorstellen können. Jetzt male ich euch hier mal eine Temperaturskala hin. Und zwar für Celsius und für Kelvin. Die niedrigste Temperatur im Universum ist 0 Grad Kelvin, die niedrigste. Die ist sozusagen hier ganz links, dort wo die kinetische Energie des Moleküls genau 0 ist. Also dort wo sich das Molekül überhaupt nicht bewegt. Und in Celsius ist das minus 273,15 Grad Celsius. Und 0 Grad Celsius wird also irgendwo hier, das ist also wo das Wasser gefriert oder bei 100 Grad. Das ist da, wo Wasser kocht. Und jetzt kannst du hier schon sehen, dass Celsius hauptsächlich dafür gemacht ist, um eben zwischen dem Gefrierpunkt und dem Kochpunkt von Wasser zu differenzieren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe beispielsweise 5 Grad Celsius und was anderes ist 10 Grad Celsius. Und auf der Celsius-Skala denkst du dir, ah, das ist ja doppelt so heiß. Und doppelt so hohe Temperatur, doppelt so hohe Energie. Aber wenn du jetzt den absoluten Abstand anschaust, und das zeichne ich euch jetzt mal hier ein. Also 10 Grad wäre dieser blaue und 5 Grad ist fast genauso weit. 10 Grad, siehst du hier, ist eigentlich nur ein ganz, 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 ganz klein bisschen weiter. Und es ist eben nicht doppelt so heiß. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier die absolute Skala nehmen und eben keine relative Skala wie bei Celsius. 0 Grad Kelvin ist absolute 0. Was ist 0 Grad Celsius? Und die Unterschiede sind übrigens die gleichen. Welche, also 1 Grad Kelvin Unterschied ist 1 Grad Celsius Unterschied? Das ist also nur eine Verschiebung der Skalen. Also sind 0 Grad Celsius, sind 273 Grad Kelvin. Und 10 Grad wäre also 283 Grad. Und jetzt sieht einfach, wie die umgerechnet werden. Wenn du also von Celsius zu Kelvin umrechnen willst, musst du einfach 273 Grad rechnen. Was sind also 30 Grad Celsius? Und ich habe hier einen Fehler gemacht. Also 5 und 10 ist viel zu weit bei 100 dran. Also 30 Grad Celsius wären 303 Grad Kelvin. Okay. Gut. Jetzt gehen wir also bei Temperatur. Das ist die Temperatur. Die wollen wir hier noch eintragen in dieser Gleichung. Sind also 303 Grad Kelvin. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Konstante wir hier verwenden. Und wir haben hier Atmosphären und Liter verwendet. Ich habe euch mal hier unten ein paar Versionen von dieser Konstante R mal aufgeschrieben. Wir haben also mit Atmosphären und Liter zu tun. Nicht mit Kilopascal und nicht mit Kubikmetern. Also müssen wir diese Konstante R ist 0,082 Liter mal Atmosphäre geteilt durch Mol mal Kelvin. Also jetzt schreibe ich nochmal die ganze Gleichung auf. Also 2 Atmosphären mal 2 Liter ist gleich N mal, ich habe wirklich ein ganz schlechtes Gedächtnis, 0,082 Liter mal Atmosphären geteilt durch Mol mal Kelvin. Mal 303 Grad Kelvin. Okay. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Jetzt schauen wir uns erstmal die Einheiten an. Wenn wir jetzt diese Dimensionsanalyse machen, können wir immer schauen, ob sich die Einheiten sich irgendwo, ob sich da was rauskreuzt. Also das erste ist hier die Atmosphären kürzen sich raus. Die Liter kürzen sich raus. Und haben wir Kelvin im Zähler und im Nenner, also das kürzt sich auch raus. Haben wir also 2 mal 2 übrig, ist gleich N mal 0,082 mal 303. Und wir haben hier geteilt durch Mol. Und jetzt wollen wir also nach N auflösen. Jetzt müssen wir beide Gleichungen, beide Seiten der Gleichungen durch das hier teilen, was ich in Klammern habe. Was haben wir dann übrig? Also haben wir hier 2 mal 2 ist 4 geteilt durch 0,082 mal 303. Ich habe das also auf der linken Seite, ich habe doch das auf der, ja ich teile doch das, ich löse doch N auf. Und habe ich also 1 geteilt durch Mol und wenn ich da doch teile, bleiben Mol übrig, ist gleich N. Also die Einheiten, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Wir bekommen am Ende genau Mol raus. Jetzt hole ich meinen Taschenrechner raus. Und wir haben hier 4 geteilt durch 0,082 mal 0 mal 303 gibt 0, wir schauen mal, wir rollen mal auf, auf 0,16 Mol. 0,16 Mol Wasserstoff. Und das ist wirklich die exakte Anzahl von Molekülen, Wasserstoff, von Wasserstoffmolekülen, die ich hier habe. Wenn ich jetzt genau wissen will, wenn ich jetzt wissen will, wie es genau sind, muss ich das mit mal 6,12 mal 10 hoch 23 multiplizieren. Wenn ihr jetzt was wissen wollt, wie ist die Masse von diesem Mol, dann schauen wir uns mal an. Also 1 Mol von H2 hat eine Masse von was? Wiederholung. 1 Molekül, also ein Atomwasserstoff hat 1 und 2, hat eben 2 atomare Masseneinheiten. 2 Mol wären also 2 Gramm. Entschuldigung, 1 Mol wären 2 Gramm. Die haben 0,16 Mol. Da brauchen wir eigentlich gar keinen Taschenrechner dafür. Dieses Wasserstoffmenge hat 0,32 Gramm. Ich habe das einfach mit 2 multipliziert, weil 1 Mol hat 2 Gramm. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt wichtig. Und denkt bitte daran, es ist wirklich wichtig, dass ihr diese Formel euch anschaut. Dann, dass ihr die richtigen Einheiten anschaut mit Litern und Kelvin und Atmosphären statt Kilopascal. Und dann könnt, wenn ihr die richtige Einheit einsetzt, dann bekommt ihr auch die richtige Menge an Gas oder Stoff eben dann heraus.